Der Magyirgis El Magma Das koptisch-orthodoxe Nonnenkloster Der Magyirgis El Magma, auch Die El Megma, befindet sich südlich des ägyptischen Dorfes Haria-da-Anfik und westlich des Dorfes El-Bari-Quamula an der östlichen Straßenseite in der Wüste, die hier Gebel El-Assas genannt wird, westlich des Fruchtlandrandes auf der westlichen Nilufas-Ete im Gouvernement Kena. Etwa 500 Meter vom Fruchtlandrand entfernt befindet es sich auf einer kleinen Anhöhe. Anreise Die Anreise von Luxor aus nach Quamula ist unter Quamula beschrieben. Nun befindet man sich auf der Wüstenstraße von Quamula nach Nakwada. Das 80 x 70 Meter große Kloster befindet sich unmittelbar am östlichen Straßenrand. Hintergrund Das Kloster Diamagyirgis ist das größte der Klöster zwischen Nakwada und Quamula und besaß vormals vier Kirchen. Die arabische Bezeichnung El Magma kann mehrere Bedeutungen besitzen, so. Zum Beispiel Ort des Zusammenlebens oder Kirchensynode. Die meisten Wissenschaftler plädieren nicht für die Bedeutung der Synode, sondern für die Bedeutung als Koino-Biti-Essi-Etschi-Lebensform der Mönche, das ist das Zusammenleben der Mönche in einer klösterlichen Gemeinschaft. Hier befand sich wohl auch der Bischofspalast, Episkopion, des Bisentius, Bischof von Kieft, während sich sein Grab heutzutage im nur etwa 400 Meter entfernten Kloster Diyal-an-Bab-Bisentius befindet. René Georges Kouquin und Maurice Martin schlagen zudem vor, dass sich die Beschreibung des Diyal-an-Bab-Bisentius von Abu el-Makarim, die von Abu Salih dem Armenier zu Beginn des 13. Jahrhunderts überliefert wurde, auf dieses Kloster bezieht, indem sie die Übersetzung von Ivets wie folgt korrigieren, Dieses Kloster befindet sich westlich von Kus. Es gibt das Grab des Bisentius außerhalb, des Klosters, und westlich davon gibt es eine Wasserquelle, sicher die El-Malak-Michael, die von unserer lieben Frau, unseren Herrn Christus zusammen mit dem rechtschaffenden alten Mann Josef besucht wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieb Samas Clark das Kloster mit seinen vier Kirchen und dem Gebäude mit den Mönchszellen, je sechs zu beiden Seiten, die sich innerhalb einer etwa quadratischen Umfassungsmauer befinden. Die älteste Kirche, eine Basilika, ist dem Hektoliter Georg geweiht und heute zu Tage die besterhaltene Kirche. Die Kirche des Erzengels Michael nördlich der des Hektoliter Georg wurde in den 1920er Jahren abgebrochen. Auf ihren Überresten erheben sich heute die Unterkünfte für die Nonnen. Südlich der Kirche des Hektoliter Georg befand sich die des Hektoliter Johannes und etwas abgesetzt im Südwesten die der Hektoliter Jungfrau. Die beiden letzteren Kirchen sind stark zerstört, der Erhaltungszustand der Kirche des Hektoliter Johannes ist aber besser als die der Hektoliter Jungfrau. Sehenswürdigkeiten Die heute noch weitgehend erhaltene Kirche des Hektoliter Georg ist eine dreischiffige Kuppel-Basilika aus Lehmziegeln mit breitem Mittelschiff und gilt als die älteste Kirche des Klosters. Ihre Anfänge gehen auf das Ende des vierten, Anfang des fünften Jahrhunderts zurück. Die Kuppeln dieser Kirche stützen sich auf Pfeiler und querlaufende Bögen aus gebrannten Ziegeln. In dieser Form ist die Kirche das einzige Beispiel in Ägypten. Am Ostende befinden sich drei Heikale, Allerheiligste, links für den Hektoliter Menas, Marmina, in der Mitte für den Hektoliter Georg, Margagis, und rechts für die Hektoliter Jungfrau, El Adra. Nur vor dem mittleren Heikal gibt es eine Ikonenwand. Auf ihr sind Jesus und die zwölf Apostel bzw. Maria und Jesus dargestellt. Der Zugang zum mittleren Heikal besteht aus zwei schmalen Türen und einem Mittelfenster. Linker Hand der Kirche des Hektoliter Georg befinden sich die Unterkünfte der Nonnen etwa an der Stelle der ehemaligen Kirche des Erzengels Michael. Johann Georg, Herzog zu Sachsen, 1869 bis 1938, berichtete von dieser Kirche, dass sich in der Absis zwar zerstörte, aber schöne Fresken befunden haben, die etwa um 1000 entstanden sind. Zentrales Motiv war der Thron in de Christus, wie er von Engeln umgeben ist, und darunter die Darstellung der zwölf Apostel. Rechter Hand der Kirche des Hektoliter Georg befinden sich die Überreste der Kirche des Hektoliter Johannes, die zumindest in der letzten Bauphase ebenfalls als unregelmäßige dreischiffige Basilika gestaltet war. Auch hier bestand der Zugang zum mittleren Heikal aus zwei schmalen Türen und einem Mittelfenster. Im Bereich der mittleren westlichen Kuppel befand sich ein 1,2 Meter tiefes Becken, das über einen Kanal von außen mit Wasser befüllt werden konnte. Südlich der Kirche befand sich der Brunnen. Noch weniger ist von der Kirche der Hektoliter Jungfrau erhalten, die sich etwas abgesetzt von den drei anderen Kirchen im Südwesten befindet. Sie war viel kleiner als die anderen Kirchen, auch dreischiffig, aber nicht mit Kuppeln, sondern mit Tonnen Gewölben gedeckt. Am Ostende befand sich die Absis, die halbrunde Altanische, mit zwei Seitenräumen. Kücherrestaurants gibt es im nahegelegenen Luxor oder in Thebenwest. Unterkunft Unterkünfte gibt es im nahegelegenen Luxor oder in Thebenwest. Ausflüge der Besuch des Klosters lässt sich mit dem Besuch der Klöster die El Malak Michael bei Nakwada, die Es Salib und die Abu LLIF im Dorf Harjadan Fik, die El Anbapisintius, die Marburg-Tur und die El Malak Michael bei Kwamola verbinden.